willkommen zurück zu Nier Automata wir sind immer noch hier auf dieser grünen wiese unterwegs hatten die rote stelle da vorne untersucht aber jetzt nichts großartiges gefunden bis auf paar leichen und irgendwo unser freund den wir wieder gelebt haben ist wieder weg schauen wir mal ob er noch rum ob wir hier noch irgendwo in haben wo wir das mal testen können wegen reiten da haben wir einen hey wie geht's so gegenstände material nee tierküller hier schnucki das fetzt richtig coole sache springen können wir auch noch oh gott das sah zwar jetzt ziemlich plump aus aber ja gut also wenn du jetzt noch zu sich spritten hast dann ist das eindeutig schneller ja doch ich würde gerade sagen bin ich jetzt hier richtig ach hier müssen wir abstellen schade eigentlich hätten gerne behalten dann befragen wir mal den letzten waffenhändler waffenhändler ist immer gut oh du gehörst zur joha ich habe gehört was geschehen ist ich handel mit waffen wenn dich so etwas interessiert welche art von waffen im grunde baue ich relikte der alten welt nach oder repariere sie obwohl mein werkzeug momentan in ziemlich drogen zustande ist muss ich sagen wenn das wortungsgerät in der werkzeugkiste da wieder funktionierte könnte ich wieder waffen reparieren und verkaufen soll ich es mir mal angucken ach das sieht wirklich ziemlich inu aus in der tat und wie du dir vielleicht denken kannst bin ich für so delikate reparaturen nicht gemacht im ernst das wäre eine große hilfe sieht aus als wäre das wartungsgeld durchgebrannt er muss es überlastet haben ich schätze vier komplexe apparaturen dürften für die reparatur reichen das heißt in der ruinen stadt gebe es welch allerdings soll es da auch vor aggressiven maschinen so wimmeln das heißt in die richtung müssen wir ja gut also die punkte sind eine art questpunkte die wir auf jeden fall warte mal hier war gerade wieder ein toter körper hier bergen schöne sache naja da vorne ok toll und da komme ich natürlich nicht rein ich kann nicht durch die tür irgendwo muss es doch hier durchgehen hier was haben wir hier ah das brauchen wir also die sind extrem ok krass ok krass hier kommt doch noch einer an wo sind eigentlich unser großes schwert die frage das haben wir nicht das haben wir irgendwie verloren ich glaube ich ok na gut kein problem das können wir trotzdem noch so alles gebacken kristall erhalten da drüben ist noch was es ist noch plant life is claim most of the central area big plant also hier haben wir noch was baumsaat erhalten ist ja schön dass man ungefähr weiß wo man hin muss das problem ist halt bloß brauchst du noch mehr zeug ich finde gerade auch nichts es ist überhaupt da vorne da bringt irgendwas rot auf im besten gehen da mal schauen ach das sind wieder irgendwelche bots wahrscheinlich ach von oben so ich führe es noch hier noch schick schick hier müssen noch irgendwo welche sein du auch noch tschüss jetzt kann man speichern eigentlich nicht aber trotzdem besser als nischt jetzt fangen die hunde da um schon wieder umzuwählen ich liebe solche leute schaffen sich hunde an aber können sich nicht darum kümmern weil sie nicht gehorchen das ist schon traurig ich war gerade wusste ich doch hier war doch irgendwo was silbererz vorne noch irgendwo da leuchtet es pflanzensaat schon wieder hier auch noch was kristall haben wir das schon fertig eigentlich dürften wir noch nicht fertig sein weil hier war gerade noch was da ist mir ja rot angezeigt wird wieder oder immer noch da oben scheinen glaube ich auch irgendwelche bots zu sein da haben wir noch was halt da drüben ist auch nur wieder was also du kannst hier echt viel entdecken das ist echt krass was ist das da vorne ein weißer elch ja krass coole sache aha wenn wir durchs gebüsch stolpern werden wir abgebremst wenn ich das so richtig sehe ja da hinten haben wir was rumliegen was das brauchen ich höre es nicht mehr als einsammeln kann ich es nicht ansonsten müsste ich hier nicht umgucken wegen die bots wir sind doch von hier oben runter gesprungen ja doch ich glaube hier sind wir runter gesprungen und hier liegt doch wieder einer rum tja wie kriegen wir das jetzt zusammen was wir überhaupt brauchen hinten haben wir noch was rumliegen links war gerade auch noch was habe ich gesehen baumsaft erhalten ist das von die saad eisenerz tja und ansonsten müssen wir uns wahrscheinlich erstmal gedulden hier wo geht es jetzt nochmal zu diesem ach da hinten durch ok ich hab's ich erinnere mich kristall jetzt rechts lang hoch aber ich glaube wir sind immer noch nicht fertig irgendwas fehlt uns noch an der hier war es wenn ich repariert bekomme bin ich hier wieder am geschäft ja schön und was braucht man nochmal irgendwas auf diesen lichtung ach ich drücke mal die falsche taste ich brauche eine defekte fede eisenerz und einen defekten schaltkreis nicht vergessen theoretisch von den bots die da stehen da waren ja keine mehr die haben wir ja weg gehauen ich weiß nicht ob es hier bei denen welche gibt aber wir haben die ja auch schon mehr als einmal getötet und wieder bloß hundertsehner und wieder bloß hundertsehner da nicht herbekommen ah schade hätte klappen können hier mal was rumliegen sag ich doch pflanzensaat ach das war pflanzen und nicht baumensaat ok ich hab's verstanden gibt's auch noch irgendwo bots da da war auch noch einer ja gehen wir mal hier hoch ach ja hier haben wir noch einen bot aber der wird uns wahrscheinlich warte mal der hat irgendwas an der hand ach so ok das war so ein geschütz bot das zum brauchen wir immer noch zack zeug was es hier angeblich geben sollte ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht ist hier oben auf den lächern irgendwas das hätten sie vielleicht ein bisschen besser markieren können vielleicht noch schöner sein können so hm da drüben sind ein paar bots aber die verdammt komm ich da nicht anders hoch da drüben komm ich nicht hin ob ich diese bots überhaupt hunden basteln soll ich weiß es nicht dann gehen wir mal hier hoch hey wie geht's euch ähm jetzt muss ich kurz gucken ähm ist egal welchen wir anreifen tjaa sieht nicht gut aus hm kupfererz komm ich hier rüber ja komm ich schöne sache da oben vielleicht irgendwo was drin auf jeden fall bots ne ganze menge sogar ah 100 g drüben 200 wir haben noch für ein zeug bekommen wir nicht mehr oder hier haben wir noch eine kiste großes gehglück hm hm komm ich hier vielleicht mal höher hm ne da hoch vielleicht ich bin gerade echt überfragt hier Leute da da ist noch mal gestern naheangriff plus wow ich werde angegriffen obwohl die eigentlich zuerst angegriffen haben warte mal warte mal hier kam gerade was die bitte des händlers sehr schön einen haben wir jetzt so aber wir müssen halt wirklich die Augen offen halten oder die ganzen bots zerstören eins von beiden eins von beiden vielleicht sollten wir doch nochmal dahin gehen wo die großen bots gerade waren wo waren das dank ne hm ich wüsste das gerade echt nicht mehr hier oben waren welche hier oben waren welche aber die hat mir auch eigentlich besiegt gehabt ja super fällt auch mal runter das kann ich gerade nicht so gebrauchen hm hm nicht gut gar nicht gut haben wir nicht irgendwie eine Karte hier die wir noch so öffnen können hier da haben wir noch was die bitte des Waffenhändlers und die bitte des Händlers hier haben wir auch noch was was ist das denn ach nicht wenn das diese Speicherpunkte sind hier das würde nämlich genau passen oder ne ne dürfte eigentlich nicht ach ich wisse es doch nicht da drüben haben wir gerade was gesehen ja guck wir jetzt wieder ich renne jetzt mal da rüber mal schauen natürlich kann ich hier keine ok Falsche gab es auch gut zu wissen warte mal auf mich wo waren denn die Bots die waren da drinnen ne aber wo genau ist die Frage ja die sind hier das dürfte eine große Suche werden war hier nicht irgendwo eine Treppe gerade noch da habe ich mich doch hier ich würde gerade sagen da ist jemand hier ist jemand hab bloß nichts gebracht da doch nicht ist doch was passiert eigentlich wenn wir bis ganz nach oben gehen man kann es ja mal probieren ne oder mal bis ganz nach unten ok ok alles klar hat sich erledigt die Frage upala ne oh gibt es im glück nie so starken Falschern hier aber immer ein bisschen hier ist überall gesperrt hier ist überall gesperrt jetzt muss ich doch nochmal auf die Karte gucken dann haben wir ein Kartenmodus hier was haben wir mit Karten Symbole überhaupt Wartungsshop eigene Markierung da haben wir ja gerade Event Markierung Aufgaben Ziel das ist das was wir gerade eben haben Liste die Bitte des Händlers auf Karte anzeigen das ist die mhm warte mal ich ach will ich das irgendwie ausmachen ich glaube nicht ne wo haben wir da tue ich mal den Punkt hinsetzen so da vorne sind ein paar Bots vielleicht bringen die uns ja was so auf jeden Fall können sie uns angreifen oh Gott oh Gott schön soo dann nehmen wir mal ne kleine Heilung Gegenstände kleine Erholung aber immer noch eh nach so wo kommst denn du hier hab ich mich erschrocken Bernstein und ansonsten gibt es wieder ne hier liegt schon wieder einer rum okay das sah jetzt bloß so aus ah ist es nicht ach man momentan ziemlich langweilig die Folge da haben wir noch ein paar Pots jawoll durchgewascht durch den darf ich hier rockblank hm scheint so auf nochmal auf